da ist jemand, da ist jemand hey leute was geht ab ich bin es wieder euer gametoddyk schön dass du eingeschaltet hast und willkommen zu einer weiteren folge von escape from tarkov ja in dieser folge spiele ich mit meinem bruder raditz und zwar die map customs ja und dort werden wir überraschend von scavs angriffen schaut euch das video bis zum ende an ich wünsche euch viel spaß bei dem video okay okay ich bin da ich auch dann lass mal los ich folge dir spät haben wir 49 du bist hinter mir ne ja ich hoffe da hockt keiner ich hoffe auch nicht ey so offen wie wir hier rumlaufen gehen wir erstmal hier in den busch oh ich habe schon den schuss gehört ja ich auch auf dich ne ne schießt aber auf jeden fall jemand okay komm lass weiter also ich bin bei dem tarkov wagen gleich ja ich bin hier oben guck mal ob der sniper oben ist ja sniper ist oben das ist hier in der nähe okay sniper ist weg die schüsse kamen ziemlich äh ziemlich aus der nähe ja ja genau wir haben die wörter gesehen ja okay dann müssen wir jetzt gehen wir gleich rechts ich loote immer eben die leiche wa kannst du eben mich decken oder so ja ich guck mal nicht dass die da von der wo der sniper ist nicht dass die von da kommen Ich habe einen Schlüssel gefunden Unknown Key Jo, hallo Miro Hey Miro Also Miro kommt gleich Juhu Dann haben wir schon mal Die Unterstützung Dann werden wir auf jeden Fall ein bisschen stärker, hoffe ich Okay, loote mal schnell Ja, habe ich, habe ich Wo bist du jetzt hier? Ich bin rechts reingegangen Okay An der rechten Seite Alles klar Hast du schon die Tasche da gelootet? Nee, nee Ich gehe mal in die Tasche Nein, nein Hast du das gehört? Ja, ja Das ist, äh Nee, nee Das ist noch weiter weg Bei dem Loch da Ich bin, äh Die Tasche haben looten Mach, mach Das ist so ungefähr Durchbruch Durchbruch links Okay Vielleicht können wir die gleich überraschen Hoffentlich Okay, ich gehe, ich laufe jetzt weiter zu diesen Containern Ich gucke schon mal auf die Baustelle da Okay Also bist du schon vorgelaufen? Okay Ja, ja Ich habe das Gefühl, die sind direkt neben mir, die Typen Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Ob die durch das Loch hier durch sind Oder, äh Außen an der Mauer entlang laufen Wo bist du jetzt? Ich bin rechts von dir im Busch Achso, okay Ah, ich habe Angst vorzulaufen Ja, warte, warte, warte Ich gehe dann Gehe hier rechts entlang und dann gucke ich da rein Wow, wow, wow Ich sehe einen, ich sehe einen Okay, okay, okay Ein Scaf oder so Ich gehe links Links, links an der Mauer war der Okay Da läuft einer, aber an der Baustelle ist einer Ja, leider An der, an der Baustelle ist Oder hinter der Baustelle ist einer Ja, ich habe den angeschossen Gut Aber nur angeschossen Okay Ich gehe von links Ja, okay Ich sage dir mal Hallo Dann gibst du ihm ein Geschenk, ne? Ja, oder er gibt mir gleich ein Geschenk Ein Begrüßungsgeschenk Ah, der hat eine Schottie Muss aufpassen Oh, scheiße Nicht zu nah ran Nicht zu nah ran Ja, warte Ich gucke mal eben Ob der irgendwo rausguckt Auf jeden Fall hat er einen Schuss von mir Kass Was ist das denn jetzt? Ich bin irgendwie verletzt Der ist jetzt hinten Ja, ganz vorne durch Ich habe den ein bisschen angeschossen Warte Ich glaube, ich habe den gesehen Der hat mich noch Bei dem Bei dem blauen Container Ja, 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 genau Warte? Ja, ja, ja Ja, scheiße Ich habe keine Granate Ich gehe mal Auf Auf die Baustelle Ja, okay Vielleicht kann ich ihn dann besser sehen Ich sehe ihn Ja, ich glaube Du hast ihn erwischt Ne, ich glaube Du hast ihn erwischt Okay Gut Aber war das der Typ Oder war das jemand anders? Ne, ich glaube Das war jemand anders Ich glaube Das war jemand anders Ich glaube Den du angeschossen hast Das war der nicht, ne? Ne, ne Das war so ein Skiffspieler Scheiße Aber wo ist dann der andere? Nicht, dass er auf dem Dach ist Nein Warte Ich gehe mal ein bisschen weiter Nach vorne Ich bin jetzt auf dem Dach, ne? Okay, warte Von der Baustelle Ah Da liegt einer Tot Ein Skiff Ich höre Ich höre einen Wo, wo, wo? An dem blauen Zaun Musst du mal da hingucken Blauer Zaun Ah, ja, ja Linke Seite Linke Seite Von dir aus Wo bist du jetzt? Ich habe irgendwas gehört Circa An, an dem Zaun An dem blauen Zaun An dem blauen Zaun Okay Warte Siehst du mich? Ich habe das Gefühl Dass jemand vorbei Gehuscht Ne, ich sehe dich nicht Da, da ist eine Da läuft eine Bist du das? Schießt du? Ja, ja, ich habe eine Ja, ich habe einen gekillt Mach mal QE Ne, okay, ne Ne, dann warst du das Verzögert Ja, es ist irgendwie Leggy heute Leggy Total scheiße Leggy, Leggy Weil ich habe Fast ein Magazin Auf den geballert Ich loote mal die Leichen Hier Ah, hast du den Einen Schlüssel für mich? Dann können wir die Mission eben machen Ne, den habe ich nicht Achso, hast du auch nicht Okay Nein, nein Also der eine hatte nichts Hier liegt noch ein Scav Läufst du? Ja Ich bin gerade gelaufen Aber jetzt nicht mehr Der hat eine TT Hä, ich kann die TT nicht nehmen Was ist das denn? Oh, eine Cola Wo bist Bist du noch Irgendwie am Laufen Oder? Äh, ja, ja Ich bin hier auf der linken Seite Ey, das ist Voll der Bescheuerte Fehler Weißt du Ich tue die TT in mein Holster Und dann Geht die wieder weg Bist du am Laufen? Ich bin Ich bin Ja, ja Das bin ich Boah, Alter Sag doch was Ich habe mir fast Die Hosen gemacht Ja, ich gehe mal eben die Tasche hier looten Hm Ich komme jetzt hoch Ey, was ist das für eine Scheiße? Ich kann Sorry Ich kann die Äh, TT nirgendwo einpacken Hä, wieso? Ja, ich weiß nicht Das sind eben Fehler Okay Manchmal hasse ich das Spiel Ja, das ist Das ist wegen der Verzögerung Ja, wahrscheinlich Ich habe auch die ganze Zeit So eine komische Verzögerung Wahrscheinlich habe ich die schon eingepackt Aber Egal Du bist am Laufen, ne? Ja, ja, ja Bist du an der Tasche? Ja, ja Okay Weißt du was Schönes? Ähm Da war nur eine Süßigkeit Also jemand war da schon Süßigkeiten Süßigkeiten? Ja Ich mag süße Sachen Okay Irgendwie die Typen haben hier Außer dem Messer Haben die hier gar nichts Ne Und eine TT Oh Eine Dingens Ja, die Makarov kann ich nehmen, ne? Mhm Ey, ich habe jemanden gehört Das war ich wahrscheinlich, oder? Ne, der hat was gesagt Oh Wer läuft? Ich bin jetzt draußen Ich bin draußen an der Mauer Draußen an der Mauer? Also bei dem Ich sehe einen Von Bord Ich gehe da in diesen einen Raum Wo man da die Mission machen kann Weißt du? Ja Bei den Containern da Okay Ich loote gerade einen Typen Okay Ah, ich sehe dich Okay, warte Ich passe auf, dass gleich keiner kommt Äh, jetzt gehst du Richtung Wald, ne? Genau An die eine Stelle, wo ich vorhin gestorben bin Okay Hier liegt eine Leiche Oh, der hat eine coole Mütze Oh Hier war irgendwo einer Ah, toll Die Mütze habe ich schon Ich habe einen Bot gehört Bei den Dorms Oh Ah, ich sehe einen Wo? Dorms Ich bin am looten hier Ich gehe mal in diese kleine Hütte rein Vielleicht gibt es hier Geld oder so Bist du am Laufen? Oh Gott, wie viel Bots Ja, ich war kurz am Laufen Bist du bei dem roten Auto da? Äh, ja, ja Ich stehe neben so einem Auto Ganz klar Hast du eine Kasse aufgemacht? Ja Aber nicht schön Nee, okay Dann weiß ich ja, dass du das machst Ist schon leer Leider Ja, ich war es Also Entschuldigung Nö, ist ja kein Problem Oh, hier ist ein Cracker Eine geile Waffe Was ist besser, AKM oder Wepper Wepper-KM? Also AKM Ich glaube, ich nehme die AKM Er hat Nee, warte mal Nee, AKM Ja, nimm mal Nimm mal mit Oh, hier voll die Leichen hier Hast du dich hingelegt? Jop Zufällig? Ja, oh, hier hat jemand eine Schrotwinte Ja, du hast aber hier ganz schön aufgeräumt Hm Hm Da sind welche am Ballern Oh ja Ballermänner sind jetzt unterwegs Okay, ich versuche mal rein zu gehen Okay Ich habe wieder einen Schlüssel gefunden 308 Key Okay Ja, hier ist noch eine Wepper, ne? Bei so einem Typen Oh Kannst du Wenn du willst Wenn du keinen Platz hast Gerne Ja, ja Also kurz vor dem Eingang Bei dem linken Eingang Ich gehe dann rein Okay, ich komme jetzt auch Alles klar Oh ja Geil Nimm mich gerne mit Muss irgendwas essen Mhm Bist du am Laufen? Ja Ja, ja Das wäre ich Nee, die Schrotwinte passt auch nicht in die Tasche, ne? Nee, leider nicht Boah Das ist doof Naja Kann ich alles haben So Schöne Makarov eingesammelt Okay, ich mache dann den 218 Raum auf Mhm Vielleicht finden wir hier was Schönes Ja, bestimmt Eine M4 Echt? Eine M4 Geil Oh, heftig Lecker, lecker, lecker In dem 308 Raum 318 18 318 Okay Ich schmeiß dann die AKM weg Dann kannst du die mitnehmen Okay Ja, ich habe eigentlich schon eine Ah, blöden Türen hier Ups Cool Einfach mal nehmen Vier auf dem Boden gefunden Richtig Ähm Wo bist du jetzt? Ja, dann mach 318 218 Was ist der zweite Stock, ne? Ja, genau Full equipped? Nee, nee Leider nicht Was habe ich da noch für Schlüssel? Äh Unknown Key Achso, und der G-Desk Ah Da müssen wir gleich nochmal hin Nein Was mache ich? Das ist nix Bist du am Lauf? Wir müssen gleich zu dem anderen Ja, ja Wir müssen gleich zu dem anderen Gebäude Okay Brauchst du ein Messer? Ähm Dieses Ähm Ne, ich Ja, ich bin schon voll Ne, lass mir Also hier war auf jeden Fall schon jemand Aber der hatte keinen 218 Schlüssel Ne Das nicht Oh, geil Ich habe so ein Megascope gefunden Cool Was ist das denn? Geil Läufst du? Ja, ich bin hinter dir Äh, ich mach mal eben Unload Und dann schmeiße ich die in vier Munitionen ins Magazin So Ah, ich habe den 303 Kier mit, ne? Ja Müssen wir gleich mal vorbeischauen Hier, der müsste es sein Ja Unlock Jo Ah, ne, Akka ist Uh, aber immerhin Okay Also du bist unten Ich bin bei dem anderen gegenüber In welchem Raum hat Archangel den, also das Sniper gefunden? Ja, da war ich schon Achso Da ist nix Was war das für ein Raum? Äh, das ist in der Nähe von 218 da Achso Da an der Ecke Gibt es da so ein Haus Okay Ein Haus? Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Nummer Kann ich dir jetzt nicht sagen Oh, was ist das denn jetzt hier? Ich komme zu dir jetzt Ich habe schon Geräusche gehört Ja, das könnte nicht gewesen sein Ich höre dich Du bist an mir vorbeigelaufen Hallo Okay, komm Das war mein Stealth-Modus Hm Leider Da steht einer Wo? Am An der Tankstelle Hast du sie? Ne Muss eben nachladen Ah, scheiße Runtergeflogen Ah, jetzt komme ich da nicht mehr hoch Hä, ich kann nicht nachladen Was ist denn jetzt für ein Scheiß? Ja, du hast wahrscheinlich eine Verzögerung Der steht da links Ja, mittig quasi eigentlich Links mittig? Ja, mittig Mittig Ich habe den gehört Hast du? Irgendeinen Typen habe ich jetzt gekillt, ja Ja, dann war der das Ich war zu doof, um den zu treffen Okay, ich loote den mal eben Also der hat eine Wepper AKM Mhm Oder Wepper AKM Genau Ich habe einen Schlüssel gefunden Cool Unbekannten Schlüssel Ja, nimm mal mit Äh, ja 303 Geil Cool Geil Geil, umart Neißenstein Äh Uh Und das so Ja, ich bin voll Kann nichts mehr mitnehmen Ja, ich gehe durchs Loch Ja, ist besser Also, ich gucke erstmal hier Ich gucke da Äh, links Ja, ich muss hier Mission, ne Ich muss Wir müssen da hin Welche Mission musst du machen? Ich muss dieses eine Kästchen da öffnen Ah Mit dem unknown key Ja, das muss ich auch, glaube ich Aber gleichzeitig können wir das hier nicht machen Wahrscheinlich nicht Ne, mach du das dann Unlock Ich bin hinter dir Hey, mein Stealth-Skill ist hochgegangen Cool Ich weiß nicht wieso, aber Geil Das Ding ist da Auf dein Ding Ja, gut Geil Mission Kannst du das auch abholen? Guck mal Ähm Ist nicht Ne, sieht nicht so aus Ne Okay Schade, egal Dann geht das nur einmal Ja, schade, schade Ja, nächstes Mal Ich lauf mal durch Oh, da ist jemand, da ist jemand Fuck, fuck, fuck Mich hat jemand angeschossen Warte Ah, scheiße Ich kann keinen Geil Ah Ich glaub Ah, da ist er Ich seh Ja, du hast ihn Ja, ja Ja, ich hab ihn Alter Schwede Der hat noch durchgeschossen Uh Ah, ich kann nicht laufen Warte mal Ich muss eben Painkillers nehmen Okay Lass einfach Ich renne jetzt durch Ist mir egal Obwohl Nicht, dass da noch welche sind Siehst du Da sind immer irgendwelche Typen Hm Ey, hier liegt was Ah, Cracker Crack Ja, ich hab nur Wasser Okay, ich geh runter Ähm Weißt du was? Ich guck mal eben noch was Mach das Ich geh raus Ja Ganz kurz Okay Du hast noch 10 Minuten Genau Ich riske das jetzt mal Ja, mach das Puh I'm out Hahaha What do we got is What do we got is generosity ... ... Ja I'm out I'm out I'm out люди Soon I'm out pra